Hallo zusammen, ich wollte heute gerne mal wieder ein Buch vorstellen, ein Buch besprechen, und zwar das Buch Selbstbild von Carol Dweck. So, ich zeige es nochmal kurz, Selbstbild von Carol Dweck. Die Carol Dweck, das ist eine amerikanische Psychologin, die lehrt da an der Uni. Und ja, in dem Buch beschreibt sie auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dem Buch, das finde ich ganz interessant. Und zwar, sie hatte eigentlich gar nicht die Absicht, ein Buch zu schreiben, aber ihre Studenten, also sie ist ja Professorin, sie hat Studenten, und die wissen von ihrer Idee, worauf wir gleich noch kommen werden, mit den Selbstbildern. Und diese Studenten, die fanden die Idee so wichtig, dass sie eben der Meinung waren, die sollte in die Welt hinausgetragen werden. Und so haben sie eben die Frau Dweck dazu quasi überredet, dieses Buch zu schreiben. Ja, worum geht es in dem Buch? Also es geht um das Selbstbild. Und das Selbstbild ist halt das Bild, was man von sich selber hat, wie man die eigene Person sieht. Und man könnte das natürlich auf verschiedene Art und Weise beschreiben, verschiedene Kategorien, wie auch immer. Aber die Frau Dweck, die macht es sich ziemlich einfach und die unterscheidet nur zwei verschiedene Selbstbilder. Und zwar einmal das dynamische Selbstbild und dann das statische Selbstbild. Ja, fangen wir mal mit dem dynamischen Selbstbild an. Also so ein dynamisches Selbstbild, das sagt halt, ja, ich bin jetzt so, wie ich bin, aber ich kann mich verändern, indem ich Dinge lerne, indem ich mich entwickle. Und diese Veränderung, die kann natürlich nach oben, also in die positive Richtung gehen, aber auch in die negative natürlich, ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich überhaupt nicht mehr bewege, dann baue ich halt körperlich ab. Und für den Geist gilt sowas ähnliches auch. Und ja, dieses dynamische Selbstbild, das beschreibt eigentlich relativ gut, wie der Mensch tatsächlich auch ist. Ja, aber es gibt Menschen, die haben nicht dieses dynamische Selbstbild, sondern die haben so ein statisches Selbstbild. Und dieses statische Selbstbild, das heißt eben, ja, ich bin so, wie ich bin und wenn ich etwas nicht kann, dann liegt das nicht daran, dass ich das nie gelernt habe, sondern das heißt dann einfach, ich habe kein Talent, ich bin einfach nicht gut darin und werde es auch nie sein und will es deswegen auch nicht lernen und ach komm, lass mich in Ruhe. Ja, und an dieser Art zu reden, da merkt man schon, dass, ja, Leute mit dynamischem, äh, mit, Entschuldigung, dass Leute mit statischem Selbstbild halt auch es nicht so einfach haben mit sich selbst, ja. Weil man muss halt sehen, dass, ja, Menschen versuchen ja auch immer, sich selber im möglichst positiven Licht zu sehen, ja. Wir, ähm, wir wollen uns ja möglichst gut sehen, möglichst besser als die anderen und so weiter und wir suchen natürlich immer nach Möglichkeiten und Ausreden, wie wir uns selber möglichst positiv, ja, sehen können. Und wenn man jetzt so ein statisches Selbstbild hat, dann geht das natürlich schlecht, ja. Also wenn ich jetzt, ähm, naja, eben feststelle, dass ich nicht gut darin bin, ähm, sagen wir mal, öffentlich zu reden oder so, ja, dann, äh, naja, dann wird dieser Bereich für mich einfach zu so einem toten Bereich, den ich nicht betreten kann und auch nie betreten können werde. Einfach, weil ich da kein Talent habe und, äh, ja, weil das halt nichts für mich ist. Und, ähm, ja, da haben wir eigentlich kaum Möglichkeiten, uns diese Sache schön zu reden, außer einfach zu sagen, ja, öffentlich reden, ähm, ist ziemlich unwichtig. Das muss man nicht können, ja. So, das ist die Art und Weise, wie eben jemand mit einem statischen Selbstbild sich da selber rechtfertigt. Und jemand mit einem dynamischen Selbstbild, der hat da viel mehr Möglichkeiten. Der könnte einfach sagen, ähm, ja, ich bin jetzt nicht gut darin, öffentlich zu reden, aber, naja, das liegt halt daran, dass ich das nie geübt habe. Und jetzt übe ich es halt einfach mal eine Weile, ja, zum Beispiel so, wie ich das jetzt mache. Ich nehme jeden Tag ein YouTube-Video auf, versuche halt einfach frei zu sprechen und mit der Zeit werde ich immer besser werden. Und, äh, ja, so verwandle ich an eine Schwäche in vielleicht eine Stärke. Also, es geht einfach darum, sich selber so als wandelbar zu sehen, was ja auch der Realität entspricht. Ähm, ja, ganz interessant ist es so, wie kommt es eigentlich zu diesen Selbstbildern? Also, wie kommt es dazu, dass man, ähm, entweder ein statisches oder ein dynamisches Selbstbild hat? Und das hat teilweise oder zu großen Teilen auch mit der Erziehung zu tun. Es hat damit zu tun, wie man Kindern Feedback gibt, ja. Wenn man zum Beispiel Kinder dafür lobt, wie sie sind, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt ein Kind, das ist irgendwie in der Schule und schreibt jetzt eine gute Klassenarbeit in Mathe, ja, kriegt eine Eins in Mathe. Und wenn ich jetzt sage, wow, du bist aber intelligent, dann lobe ich damit quasi sein statisches Selbstbild. Also, ich fördere damit sein statisches Selbstbild, ja. Er ist intelligent. Besser wäre, wenn ich sagen würde, ähm, du hast dich aber gut angestrengt jetzt und hast es dir auch verdient, diese gute Note zu schreiben, ja. Dann würde ich quasi nicht seinen Ist-Zustand loben, sondern ich würde eben den Prozess loben, der ihn da hingebracht hat, ja. Und das gilt halt für viele, viele, viele andere Sachen auch. Und, ja, das heißt, wir können im Prinzip gar nicht so wirklich was dafür, wenn wir das falsche Selbstbild haben. Also, das falsche Selbstbild, wie gesagt, ist ja das Statische, ne. Also, das Statische, das will man nicht haben, das hält einen zurück. Aber wenn man es hat, dann ist man nicht unbedingt selber schuld, sondern es kann gut sein, dass einfach nur die Umgebung, der man ausgesetzt war, einem eben diese Denkweise irgendwie eingepflanzt hat, ja. Ich meine, unser Gehirn lernt halt auf Basis der Informationen, die es von außen kriegt. Und wenn es eben die falschen Informationen von außen gekriegt hat, dann, ähm, ja, dann kann es eben nicht anders, als das Falsche zu lernen. Ähm, ja, Frau Dweck in dem Buch, die ist der Meinung, was auch sehr interessant ist, dass man super schnell das statische Selbstbild loswerden kann. Ihrer Meinung nach genügt es nämlich einfach nur zu wissen, dass es das dynamische Selbstbild gibt. Das heißt, jeder, der jetzt hier zugehört hat und der vorher ein statisches Selbstbild hatte, müsste jetzt automatisch ein dynamisches Selbstbild erhalten haben. Ob das wirklich so einfach ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall cool, macht Spaß. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt einigen von euch vielleicht zu einem dynamischen Selbstbild verholfen habe. Ja, ist das Buch lesenswert? Ich sage mal so, es ist so eines von diesen typischen amerikanischen Büchern, ja, die eben ein Konzept behandeln und das halt anhand von unzähligen Beispielen immer wieder durchkauen, durchkauen, durchkauen. Ja, ich meine, auf die Art und Weise verinnerlicht man es halt sehr gut, aber besonders viel hängen bleibt am Ende, würde ich sagen, nicht. Also man kann das Buch lesen, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so ein Must-Read-Buch. Wobei ich aber finde, dass jeder doch dieses Konzept mit den Selbstbildern kennen sollte, weil, ja, das hilft einem dann doch schon sehr gut weiter und vielleicht erkennt man dann auch öfters mal, wenn andere Leute ein falsches Selbstbild haben und kann ihnen da vielleicht helfen und darauf achten eben Kinder nicht zu dem statischen Selbstbild zu erziehen. Ja, schreib mir doch mal einen Kommentar, was du dazu zu sagen hast, was hältst du von dem Konzept und hattest du vielleicht mal ein statisches Selbstbild und bist jetzt dynamisch geworden. Würde mich mal interessieren, was ihr einfach so darüber denkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und über Kanalabos natürlich auch. Bis bald, tschüss!